Lohnt sich die Spieler-SPC von Badé? Für 40.000? Wir müssen nur ein 84er Team abgeben, 1,91 ist er groß, Arbeitsrate mittelhoch. Die Ingame-Stats sehen solide aus. Defensive 87, Physis 87, 5 Spielstile, Abdrängen, Antizipation, Kante und Unerbittlich. Ein Spielstil plus Grätsche. Ich würde ihnen noch ein Shadow geben, bekommt er plus 8 bei Tempo und plus 7 bei Defensive. Machen oder Lassen, wir können die Karte noch in die Evo Future Star Steigerung auf ein 89er Rating upgraden. Wir müssen dann aber nochmal 75.000 bezahlen, ob sich das lohnt, ich denke nicht. Es gibt genügend andere Evolutions wie Grassia und die Karte ist gratis. Lassen.